Mehmed II., genannt Ebu Elfeth, Vater der Eroberung und später, Vatig der Eroberer, war der siebte Sultan des Osmanischen Reiches. Er regierte von 1444 bis 1446 sowie von 1451 bis zu seinem Tod. Am 29. Mai 1453 eroberte er Konstantinopel und besiegelte damit das Ende des Byzantinischen Reiches. Aufgrund seiner zahlreichen Eroberungen kann er neben Osmani als zweiter Gründer des Osmanischen Reiches bezeichnet werden, für das er die territoriale, ideologische und ökonomische Basis schuf. Familie Mehmed II. wurde als vierter Sohn Sultan Muradz II. am 30. März 1432 geboren. Seine Mutter Höhmer Hatun war eine Sklavin unbekannter Herkunft. Die beiden älteren Halbbrüder Amit und Alaeddin Ali starben in den Jahren 1437 und 1443 unter ungeklärten Umständen. Die Lebensumstände der Halbbrüder namens Hassan und Orhan konnten noch nicht erforscht werden. Ein weiterer Halbbruder, der um 1450 von der Fürstentochter Hadis Halim Erhatun geborene Kudjuk Amit, wurde über einstimmenden Berichten Osmanischer Chronisten zufolge auf Befehl Mehmeds nach dessen Thronbesteigung im Jahr 1451 als Windelkind von Evrenesoluali bei Imbad erstickt. Von den Kindern Mehmeds II. sind die Söhne Bayezid, Mustafa und Cem sowie zwei von vermutlich vier Töchtern Eise und Gefherhan namentlich bekannt. Da in den Quellen nichts über eine persönliche Bindung Mehmeds an die nicht standesgemäßen Konkubinen seines Harems berichtet wird, erschienen nur die Mütter seiner Söhne erwähnenswert, nämlich Gülbahar Hatun als Beizids Mutter, Gül sah Hatun als Mustafas Mutter und Schütschek Hatun als Kemms Mutter. Eine regelrechte, standesgemäße Ehe musste Mehmed nach dem Beschluss seines Vaters ausmachtpolitischen Gründen im Jahre 1449 mit Siti Hatun eingehen. Einer Tochter des türk-männischen Dynasten Dulkadi Rol-Sülayman bei Oselbistan. Dieser Verbindung entstammen keine Kinder. Siti Hatun blieb beim Umzug von Mehmeds Harem nach Konstantinopel von ihm unbeachtet in Edirne zurück, wo sie 1467 starb. Dass der in europäischen, nicht dagegen in osmanischen Fällen bezeugte und beschriebene, angebliche Thronanwärter Bayezid Osman, der als Kind in Konstantinopel und als Jugendlicher in Italien erzogen wurde, auch ein Sohn Muradz II. und damit ein Halbbruder Mehmeds war, lässt sich nicht beweisen. Bayezid Osman wurde von Päpsten, Königen und Kaisern über Jahrzehnte als möglicher Sultan nach einem erhofften Sieg über Mehmed II. unterhalten und gefördert, nach Mehmeds Tod aber vernachlässigt. Sein Siegel trug die Bezeichnung Bayezid Osman TV El-Chorum Imperator und einen Halbmond mit vier Sternen. Er starb unbeachtet im Jahre 1496. Ob der in Konstantinopel von Konstantin Xie betreute und von Mehmed II. finanzierte Prinz Orhan, der sich als Anwärter auf den Thron des Sultans bezeichnete, tatsächlich ein Enkel Bayezidzi war und damit der Onkelgeneration Mehmeds angehörte, ist ungeklärt. Er starb im Verlauf der Eroberung Konstantinopels. Unklar ist, ob er sich aus Verzweiflung und Resignation von den Stadtmauern in den Tod stürzte oder ihn Soldaten auf der Flucht ergriffen und hinrichteten. Fest steht jedenfalls, dass sein abgetrenntes Haupt dem Sultan überbracht worden ist. Ausbildung Dem Kind Mehmed wird ein ungestümer und aufbegehrender Sinn zugeschrieben. Er weigerte sich zu gehorchen und Belehrungen anzunehmen. Lehrerfolge blieben zunächst gering, vor allem die Unterrichtung in Glaubensfragen und in der Koranlesung fruchtete kaum. Daher gab Murat II. seinen Sohn in die Obhut von Moller Amit Gürani, der in Kairo Rechtswissenschaft und Korankunde studiert hatte. Ihm soll Murat II. sogar ein Züchtigungsrecht erteilt haben, das Gürani auch ausübte. Als weiterer Erzieher wird Moller Hamideddin, späterer Professor in Bursa und Istanbul, genannt. Bereits 1437 soll Mehmed nach dem Tod seines Heilbruders Amit als Prinz-Gouverneur von Amasya eingesetzt worden sein. Sicher hingegen ist, dass er im Frühling des Jahres 1443 begleitet von seinen Lala Kasabzade Mahmud und Nis-Anji Ibrahim B. Abdullah Bay als Stadthalter nach Manisa geschickt wurde. Der Tod des Prinzen Alai Din Ali im Jahr 1443 versetzte Mehmed als Elfjährigen in die Rolle des Thronfolgers. Er wurde nach Edirne an die Seite seines Vaters geholt, um in die Regierungsgeschäfte Einblick zu bekommen. Mit der Einsetzung als Sultan 1444 bekam er die beiden Lala Zaganos und Nis-Anji Ibrahim, den Beiler Bay von Rommelien Seabeddin Pasha sowie den Großvesier Kandali II. Halil Pasha und den Heeresrichter Moller Hüsriv zugeordnet. Während Zaganos Ibrahim und der Hemling Seabeddin eher kriegstreiberischen Einfluss nahmen, versuchte der Großvesier mäßigend auf Mehmed einzuwirken, der sich schon in dieser Zeit die Eroberung Konstantinopels zum Ziel setzte. Angeregt von der Lektüre legenden Hafter, türkisch und arabisch abgefasster Wiedem Alexanders des Großen und Cäsars, zwischen Mehmed und dem Großvesier ergaben sich immer wieder ernste Konflikte, unter anderem, weil sich Mehmed wie italienische und osmanische Quellen berichten 1444 von dem Gedankengut eines persischen, namentlich unbekannten Sendboten der Urufi-Sekte beeinflussen ließ, der eine Aussöhnung von Islam und Christentum im Sinne des Scheichs Betreddin propagierte. Die Auseinandersetzung zwischen Mehmed auf der einen und Halilpasha und dem Mufti Faridin auf der anderen Seite endete mit der Hinrichtung des von Mehmed begünstigten Sendboten. Durch diesen Vorgang wird Mehmeds' Neigung zu heterodoxen religiösen Meinungen bestätigt, die lebenslang bestehen blieb und Mehmeds religiöse Unterrichtserfolge infrage stellte. Mehmeds Ausbildung dienten auch seine betreuten Stadthalterschaften und seine Teilnahme an den Kriegszügen seines Vaters. Nachdem dieser 1446 Dekasekunden erste Sultanat Mehmeds beendet hatte, weitgehenden Einfluss als Lehrer und Berater übte der auch von Murat II. geschätzte islamische Gelehrte und heiler Scheich Aksum Sedin spätestens seit 1451 auf Mehmed aus. Er motivierte und unterstützte den Sultan in seinem Vorhaben, Konstantinopel zu erobern. Seiner Meinung nach hatten Mehmed und die Osmanische Armee das Potenzial, die vom Propheten Mohammed einem Hadid zufolge gelobten Akteure dieser Eroberung zu sein. Der Hadid lautet, Weg zur Macht, Als sich Murat II. in der Zeit um den 1. September 1444 vom Sultanat zurückzog, berief er Mehmed, der schon seit dem Frühjahr 1444 bei ihm in Edirne weilte und in Regierungsgeschäfte Einblick nehmen konnte. Zum Reichsstadt teilte Rumäliens mit Sitz in Edirne und gebot in einer Erklärung vor den Capiculo und Paschas auf der Ebene von Mihalich, künftig seinen Sohn als Padischa zu betrachten. Dadurch wollte er verhindern, dass der in Konstantinopel unter der Obhut des Kaisersweilende Prinz Orhan als Prätendent Thronansprüche stellen konnte. Da die Ungarn im Herbst 1444 den wenige Monate vorher im Beisein Mehmeds geschlossenen Frieden brachen und zusammen mit einem Kreuzräterherr anrückten, sah sich Murat II. gezwungen in Mehmeds Regierungsgeschäfte einzugreifen und den Feldzug gegen das christliche Heer anzuführen. Nach der gewonnenen Schlacht bei Varna überließ er Mehmed schließlich das Sultanat, zog sich ganz von den Herrscherpflichten zurück und richtete seinen Ruhesitz in Manisa ein. Als sich die Janitscharen im Jahr 1446 vorgeblich einer Solderhöhung wegen gegen den jungen Sultan auflehnten, kam es zu verheerenden Bränden in Edirne und Seabeddin Pascha entkam nur knapp den vermutlich vom Großvesier Halil Pascha aufgewiegelten Soldaten. Die Revolte, die erste in der Geschichte der Janitscharen, endete mit einer Erhöhung des Tagessolz um einen halben AKCE und führte zur erneuten Thronbesteigung Murats II, der vom Großvesier gerufen worden war. Murat II. schickte seinen Sohn wieder als Gouverneur nach Manisa, beteiligte ihn aber mehrmals an Kriegszügen wie beispielsweise 1448 als Truppenführer bei der Schlacht auf dem Amselfeld. Nach dem Tod seines Vaters wurde Mehmed am 18. Februar 1451 in Edirne als Sultan Mehmed II. entronisiert. Ob die Herrschaftsübernahme Mehmeds II. völlig reibungslos verlief, lässt sich nicht abschließend beantworten. Während Schoko Kondülis über einen letztlich vom Großvesier verhinderten Aufstand berichtet, findet sich in osmanischen Chroniken kein Hinweis auf derartige Unruhen.